Nein ich will zu dem Boot dafür und sie nehmen für welche Idioten das geschafft haben als wird ja ist das gewollt dass man hier rüber springt oder ja deswegen ist ja auch gut gut ich bin zu kompliziert ich kann doch gar nicht springen es ist nicht alt genug kann man nicht zu jung zum springen sein okay als Baby hat kurz warte 3 Wochen ich bin ungeduldig ich kann nicht warten ich bin ungeduldig ich kann nicht sein ich bin ungeduldig ich möchte es ist ich möchte ich möchte nicht mehr schaffen Ja, ja. Ist das denn fucking ernst? Ja. Nein! 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 Was machst du, Johnny? Ich versuch das Boot zu lenken. Mit meiner... mit meiner Fernsteuerung. So. Fick! Away! Wo geht's eigentlich hin? Wenn... Wenn's... Wenn's auch nicht der Idiot wäre, dann hätte die schon geschickt. Schon das Boot irgendwie weggeschickt. Was ist irgendwo feststeckt? Äh... Leute. Aber was machst du denn, Johnny? Schieb doch einfach das... Was? Was? Ich bin... Die sind mir hier jetzt hingekommen. Ich bin wieder und wir sind mich verraten. Zieht! Zieht! Ah! Ihr müsst ziehen! Ziehen? Das ist ja... Auf die Idee guckt man nicht. Ziehen, das ist mir zu abstrakt. Was soll wir denn hier ziehen? Toll! Hä? Ah! Nein! Ja, Sersi. Genau das gleiche habe ich gerade eben auch schon gemacht, ne? Okay, dann hol's... hol's wieder rein. Wenn du dich dann beschwert hattest... Was machst du? Skywalker, Skywalker, lass los. Loslassen. Okay, dann mach ich aber nix. Sag der und macht nach einer Sekunde wieder was. Und macht's wieder kaputt, Johnny. Was machen wir denn hier? Weißt du? Lass das mal mich machen, okay? Ja, lass das mal Johnny machen. Boah! Okay. Hele! Hele! Ich hab ein Fahrrad mit langen Dingen, okay? Pfff... Ehh... eher weniger. Ehh... eher weniger. Hele! Ich hab grad schon... Prick! Ich bin deine... nur... Ich hab den Stab! AAAAAAAH! Wahrscheinlich käst du nicht so gut mit den Dingen... aus dem Langen Dingern. Dick ist es ja nicht. Ich probier's nochmal. Boah, der Messler hat da ganz schön hochgestellt. Wenn es nicht dick ist. Moment! Lass das Brick! Lass mich los! Ich versuche dich festzuhalten. Dann siehst du, hat doch funktioniert! Ja. Tschüss, wir fahren schonmal. Du bist... Oh, oh, oh! Kommt die auch noch irgendwann wieder? Nein, die sind verloren für immer. Na scheiße. Was macht ihr denn? Uh, fast. Ich will hier Stahlbuch rummachen. Wir sind zu viele, glaube ich. Nein. Ihr wisst, dass wir da eine Kette da drüben müssen. Ich habe hier auch drüben. Hier, worum geht es nicht? Scheiße. Uah! Elim, pack mal die ganzen Steine raus! Warte, ich kann euch ziehen. Pack die Steine raus, Elim! Hallo. Hallo. Lass mal wieder neue. Wieso? Und? Brick, komm her! Komm her! Komm her! Einsteigen! Was für ein Stein braucht ihr? Steig ein! Steig ein! Steig ein! Kein Stein! Steig ein! Kein Stein! Oh, Cersei! Oh, Cersei! Diese Lanze ist nicht lang genug für zwei Männer. Also, zieh eine! Los! Ertrink! Ertrink! Los, ertrink schneller! Und wie kommen wir jetzt da hoch? Wir fahren hier einfach entlang! Wir fahren hier einfach entlang! Und zwar, mach mal! Können wir uns gegenseitig hochhelfen? Müssen wir uns drehen? Wir müssen drehen! Wir müssen drehen! Nein, nein, nein! Oh Gott, oh Gott! Nein! Du mieser Verrechter! Warte, warte, warte! Du mieser Verrechter! Ich hab ein bisschen zurück! Halt dich vorne ran! Halt dich vorne ran! Halt dich vorne ran! Ich schaff bitte! Ich... Ich schaffe nicht! Ich bin zu schwer! Moment mal! Kannst du ziehen! Das ist wirklich schwer, ey! Na, probier nochmal! Probier nochmal zu ziehen! Brauchen wir das Ding überhaupt noch? Ja! Oh, Alter! Du hast getroffene Luft! Nice! So! Wir drehen, wir drehen! Kannst den Schein da oben runterhauen! Männchen! Wir drehen! So! Äh, Ely, lass los! Während wachsen zerschleppen wir den Schein da oben! Beziehungsweise komm rein! Äh, Brick, geh doch mal weg! Geh doch mal weg! Oder irgendwie wegpushen! Bewegt ihr sich? Überhaupt! Vielleicht bräuch ich mir den Stapel, um dieses Sider zu ziehen! Was? Oh! Anvisieren! 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 Ne, das passt nicht! Anvisieren! Das würde nicht funktionieren! Das würde nicht funktionieren! Musst du jetzt mit... Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Moment, 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 Moment! Und ich zieh! Mach mal kurz mit! Jawoll! Mach mal am besten mit dem Handelende! Jawoll! Warte, ich mach mit, ich mach mit! Lass, lass, lass! Jetzt sind wir aufgelaufen! Lass, lass, lass! Das haben wir in der bringt ja nichts! Es geht, es geht! Ja! Wir unterm Boot! Jetzt sollst du ihn wieder zurück! Rieser, Leute! Ich sollte gleich das Ziel einnehmen, ich hab was! Ich glaube, was ich hier mache, ist nicht so weiterführend! Kommt mal da drauf! Elav? Okay, ich bin dann... Mal weg! Weg! Ich bin weg! Kommt mal ein bisschen Steiner wegkriegen! Ja, du bist doch jetzt nicht erst auf ertrunken, oder? Ey, ich wollte euch helfen! Ja, das ist jetzt jetzt! Ja, das ist keine Ausrede! Yes! Ah! Nein aufhalten! Lass ihn stehen, lass ihn stehen! Lass ihn stehen! Lass ihn an die Wand bringen! Ja, weg mit deinem Scheißstab! Klappt das, was du davor hast? Ja! Das wird schon klappen! Moment, Moment, Moment! Elefant Studios! Ich schlage dich hiermit zum Ritter! Schon wieder tot! Äh... Sie sei nun, Sir Elefant! Von Studios! Aber nun folgt... Nun folgt die Heilige Taufe! Was? Ich sag dir die Heilige Taufe! Die Heilige Taufe! Die Heilige Taufe! Heilige Taufe! Ich weiß ja nicht, was die machen, aber das ist nicht hilfreich! Die Heilige Taufe! Ja, ich hab keine Ahnung, was die dazu meinten! Ja, ich hab keine Ahnung, was die dazu meinten! Ja, ich hab keine Ahnung, was die dazu meinten! Taufe goes wrong, Alter! Soll ich dazu mal, ne? Bis Break! Dann tauchst du dich gleich selbst! Ich mach ne Bergfahrt! Mach das! Ich hoffe, da oben ist ein Checkpoint! Weg zur Heiligen Taufe! Ich will nicht zur Heiligen Taufe! Getaubt seist du, Elefant Studios! Getaubt seist du! Vor allem, wie kann denn eigentlich der Papst einen Halbgott taufen? Ich mach das einfach! Ich mach das einfach! Ich mach das einfach! Kannst kurz halten! Ele, kannst kurz halten! Oder Johnny? Ach, Scheiße! Ich halt auch! Ach, das geht irgendwie! Das geht irgendwie! Das muss schon irgendwie gehen! Hast du nen Checkpoint da oben? Ja, das kurz! Moment! Ja, nein! Scheiße! Juhu! Speichern! Nein, nein, nein! Was soll ich denn hochkommen? Doch, doch, doch! So, ersaufen erstmal! Wir sind da ja hier! Ich löse mal kurz den Staudamm, ne? Warte, ich komm mit! Wartet auf mir! Wartet auf mir! Wartet auf mir! Ich bin gespannt und? Und? Ich komm mit! Was ist? Ist das so gewollt? Bestimmt! Ich bin drin! Hätten wir die Matte nicht erst vorher reinlegen sollen? Nein! Nein! Nein, nein! Das war schon so! Jetzt halt dich am Boden fest! Hi, Surfi! Halt dich an der Matte fest! Es wird ein wilder Ritt! Nein, ich kann's dir da helfen! Ich hab schon mal gesagt! Nein! Ach, scheiße! So, in... Es wird ein wilder Ritt, mein Freund! Ja, und ich bin der Trunkpfuh! Genau in dem Moment! Nein, das kann ja nicht wahr sein! Dann komm jetzt an die Matte wieder! Ich kann das Ding wieder nach oben fahren! Hojo! Nein! Man kommt da nicht mehr unten ran an die Matte! Ja, ich hole sie! Ich geh's auch holen! Mach das! Was? Auch immer du dir das vorstellst... Ich lauf aus und rum! Das klingt gar keine schlechte Idee! Das ist eine schlechte Idee! Ich werd nicht aufgeben, bis ich die Matte hab! Ich hab doch hier! Hallo ihr Noobs! Hallo ihr Noobs! Nein, eyy! Das ist so lächerlich! Aaaaah! Ah! Wooooo! Alleinsteigen! Ich hab meinen eigenen Weg gefunden! Ich hab ein Stück Holz! Einsteigen Johnny! Und halt überhaupt festhalten, halt dich einfach nur fest, nix machen, das passt schon. Ja, ich hab's erreicht. Halt die Backmüse, das schaffen wir schon. Im Nachhinein betreffend braucht man die Mathe gar nicht. Wir haben Schlagseite, Sir, wir haben Schlagseite. Wieso habt ihr so lange gebraucht? Ihr habt keine Ahnung. Was? Brick, du bist zu schwer. Ich? Jetzt kann nur einer hoch. Ach, Mann, oh. Dieser! Der hängt sonst noch dran. Äh, niemand. Also eventuell. So. Niemanns. Jetzt gleich zwei Niemanns. Lass doch mal los. Bitte dir da unten, bitte. Jetzt gleich drei Niemanns. Wer weiß das schon? Los, vielleicht schieb uns an. Also hier hält maximal einer noch fest. Ein halber. Hey, es geht hoch langsam. Es geht hoch. Ja, ich schiebe ja auch gerade. Guter Trick, guter Trick. Mach weiter so. Mach weiter so. Ja, ich hab geschoben. Ich hab jetzt einfach zu euch kommen. Weiterschieben, Trick. Weiter. Nein, nein. Anders, 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 anders. Weiter. Ja, ich muss erst wieder zurücklaufen. Schieben, Trick. Schieben. 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 Doch. Hi. Hallo. Musst du helfen? Trick. Ja, das ist... Trick gemacht. Scheiße. Das weiß ich auch nicht. Das ist ein absoluter Trick. Ich glaub gar nichts. Ja, wenn du's besser kannst, dann steht doch selbst. Richtig. Ich hänge um. Ich muss dich abhängen und so. Ich glaub mal zu. Die schauen grad alle auf meinen Arsch. Aber du musst sagen, der Arsch ist schon sexy. Ja. Du musst mir einfach sagen, der Arsch ist... Bordmacher. Ich glaub, das funktioniert nicht. So ist eigentlich jeder dran. Hallo? Jetzt lass mal los. Wir wollen deswegen... Wo ist eigentlich Skywalker? Johnny... Johnny lässt dich mal ganz kurz los. Warum? Ich würde empfehlen, ihr... Die Beine. Ich würde empfehlen, du lässt einfach los. Dann macht das das schwerer wie selbst. Alter, Cersei, es ist nicht dein Ernst, oder? Cersei, lass los! Es geht doch, aber jetzt ist das Ding da. Heu! Nein! Ne, mit nicht! Wir schieben das Ding halt mal in die andere Richtung. Das ist doch nicht hilfreich! Schafft mir aber niemals. Wenn du dich nicht loslässt, dann kann niemand von uns hoch. Okay. Ja, wir werden fast wieder da sein, wo wir angefangen haben. Da können wir irgendwo einplanen. Ja. Wir hätten dann sich nur hier rüber rüdern müssen und wir hätten es geschafft. Und auf diese Idee sind wir nicht gekommen. Nein, es wäre doch super langweilig, hä? Ich kann... nur noch ein bisschen. Ich brauch nur noch ein Stück. Da bin ich oben. Also ich hab zu denen keine Worte. Jetzt zieht doch nur das LP in die Länge. Wir... wir hängen jetzt seit einer Stunde an dieser einen Map. Ja, aber echt. Ihr weit, ihr müsst da unbedingt hochklässern. Was machst du denn grad, Prick? Ich mach was Sinnvolles. Du kannst jetzt auch grad hoch. Ja. Ich zeig euch, wie viel Alba das aussieht. Du machst es doch auch. Jetzt, Jody, lass los! Ich mach hier! Ich mach halt das mit Abstand sinnvollste hier grad, ne? Was überhaupt nicht sinnvolles. Jody, lass los! Jungs, ich bin hier, die CDU. Ich sorge für Fortschritt. Genau. Fortschritt durch Stagnation. Das Rad dreht sich gerade rückwärts, Johnny. Nein, Johnny hält es fest. Das Rad dreht sich gar nicht. Das Rad dreht sich gar nicht. Das Rad dreht sich gar nicht. Deswegen ist er in CDU. Dafür sorge ich. Fortschritt durch Stagnation. Ja, das ist nicht so blöd mit dem. Ja, okay, jetzt satt. Lass uns aber weiterkommen. Lass uns einfach weiterkommen. Wir sind fast am Ende. Wir können später wieder scheiße machen, aber... Wenn wir seit einer Stunde an einem Level dranhängen, das ist auch nicht für die Zuschauer lustig. Aber auch für uns. Ja, das ist schon sehr amüsant. Sag mal, was ist da oben eigentlich? Ein Hebel. Nein! Johnny! Ich mach nicht, was? Ich mach nix. Ich, 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 ich nix machen. Ich, 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 ich nix machen. Ich, 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 ich nix machen. 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 Was ist da dran hier? Lass mich mal machen. Ich sag, ich nix machen. Ich bin als nächster dran. Ich sag, ich nix machen. Sag, was dauert das erst so lange? Alle, hoppa! Viele! Was denn? Und das war jetzt so schwer. Ja. Wo die gehen wir? Das hat legit nur einer durch. Erstmal dran ziehen. So, danke. Wir müssen das Kerbe mitnehmen, Prick. Du nimmst das rote mit. Woher weißt du das? Ich das blaue. Aus Prinzip. Wir müssen alles mitnehmen. Eventuell hast du recht. Prick, Sissy, wir müssen ziehen. Hm? Rüberschieben, rüberschieben. Rüberschieben, Kräger. Ich bin schon drüben, Bruder. Ah! Loser. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, nein, 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 das muss. Naja. Nein, das ist falsch. Das ist falsch rum. Das funktioniert aber. Das ist falsch. Hier ist das falsch. Weil es falsch ist. Wir wissen alle aus der Schule, das blaue, muss zum roten und das rote muss zum planen. Genau, Johnny. Das ist Physik. Dann, wir sind hier aber nicht in Physik, wir sind hier in Human Fall Flat. Dem Spiel, wo man, wenn man von der Welt fährt, einfach wieder drauf landet. Soll ich machen? Was machst du? Ich weiß es auch nicht. Was machst du? Mach du, weil du kannst das besser. So, ey, sieh zu und staune. Ja. So musst du rüber zu gehen, hatte. Das ist Physik. Nee, das ist ganz einfach rückgängig gemacht. Nein, das ist Physik. 1,1 für sich. Ganz ehrlich, ich brauche noch nicht in Lahm. Ich bin so drauf. Jo, man könnte aber schon rüber gehen von da aus, hä? Alter, ja. Mach die Tür auf. Scheiße. Kommt so hoch. Scheiße. Nein. Fast. Oh, wo bin ich denn hier gesandert? Ich hab's kaputt gemacht. Wo seid ihr? Keine Ahnung. Also ich bin schon drüben. Wie? Ich bin hier irgendwie einfach gespawnt. Ich hab mich irgendwie an der Wand vorbeigehangelt und bin da hier gedacht. Achtung, Ehle. Ich spielst doch nicht davon aus, dass er das macht. Oh. Jetzt geht auch. Irgendwo. Hallo. Großen Tag. Ich bin der Kabelmann. Du bist Kabelmann. Der alles kann. Ah, das machen. Okay. Gut. weiter machen. Ja, klettert einfach drüber. Ja. Ich hab da eine Idee. Ich hab da eine sehr gute Idee. Weil wir bei dem anderen Level sehr ewig gebraucht haben. Und jetzt hier. Ja, hier kann man irgendwie alles überspringen. Ja. Das ist doch ein scheiß Level. An sich wir hätten das andere Level auch komplett überspringen können, ne? Hätten wir, wenn wir keine Lust gehabt hätten, aber... Ja. Ja, Leute. Problem gelöst. Wer entwickelt denn so ne Map? Der Entwickler. Macht doch voll Spaß. Wo macht das Spaß? Das ist doch einfach nur noch Maps überspringen. Hier ist ein schönes Fahrzeug. Oh, ich bin wieder hier. Da war kein Checkpoint. So. Findest auf den Wänden, ne? Ah, was? Wow. So. Hm. Ich hab da schon... Ich hab mein Fahrrad jetzt übersprungen. Toll. Ist so richtig toll, ne? Ach so, König, warte. Wo seid ihr? Ich bin hier von hinten. Ja, komm. Wir fahren. Lass fahren, lass fahren. Aber nee, wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Ja, die finden wir, glaub ich, hier oben. Lass uns auch mal fahren, ok? Hier ist aber auch Kohle. Ich geb Gas, du, äh, drehst. Du lenkst. Ok. Komm hoch! Schnell! Johnny kommt! Los, los! Komm, schnell, vor! Du musst lenken! Probier mal eigentlich hin! Die sind sonst wo. Lenk Ruper! Warte, 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 warte! Verhinter, verhinter, verhinter! Ich hab Spaß in der Räucherkammer. Man sieht's. Komm! Was? Das ist irgendwie super lustig. Das ist halt so'n Spiel, da muss mit so'ne zweite Ansicht ein. Komm, Ed, komm doch mal rein. Komm, Ed. Komm, Ed. Nee, warte! Na, rein mit dir, komm! Rein mit dir! Ich mach ja auch grad nur Blödsinn! Ihr macht ganz langsam, okay? Huiiii! Ich sag rein mit dir! Ach, hin, nach hinten rein! Nicht rein mit mir! Geh rüber, Junge! Was ist meine Hutkrempel los? Jetzt hat er sich gegartet, Karl! Mein Hexenhut soll, soll nicht verbrennen uns gegen ihn. Danke schön! Dann lass' los! Mist! Ich hab hier was vermagtes! Ich lass' da los, Ed. Ich lass' da los, komm! Du wartest dann beim Truck, okay? Du wartest einfach beim Truck. Ich, äh, äh, schau' wo's die Kohle gibt, okay? Und wo sie dann. Äh, macht ihr grad Menschenverbrennung? Äh, nein! Äh, wir machen Hexenverbrennung! Mit Johnny in den Ofen! Einfach drauf fahren! Ja, wir machen Hexenverbrennung! Ja, du bist der Hexe, Johnny! Nee, ich, ich bin... Ähm, ich bin... Ich bin... Ich bin Hexenjäger, Rekrut! Ähm... Das ist ja total ungespannt! Im Ofen kann man einfach rumlaufen und verbrennt nicht mal! Was? Ja, du kannst einfach reingehen und es passiert auch nichts! Ja, warte, geh mal rein! Na komm, Fick, geh mal rein! Ja, ich wund' ja gerne, aber ich bin ein bisschen so unfähig gerade! Warte! Ja, dann mach! Alter! Ja! So! Ist jetzt so richtig lustig, ne? Ja! Ist ganz schön heiß, oder? Nö, ist echt feuerangenehm! So, die ersten Kohlen kommen! Oh! Langweilig! Bleib du da, du musst schauen... Geh mal, äh... Geh mit, äh... Den Kohlen! Ich brauche ein Feuerzeug, Jungs! Nimm das Feuerding da mit! Versuch das Feuerding da mal raus zu holen! Wo sind die eigentlich? Kein Plan! Wir sind schon oben auf dem Berg! Wir laden gerade so Brennstoff ein! Feuer! Warum soll man nach oben gehen, wenn man runterfallen kann, auf dem Berg hoch? Sauerhaftes Feuer! Sauber, einfach mitfahren! Soll ich jetzt hin tun? Einfach mitnehmen! Tax zu den Kohlen! Fuck! Fuck! So! Der hier ist ein... So ist er wieder auch verbrannt! Willkommen zu den... Er ist steck geblieben! ...warte! In 2021 in Tokio! Was? Was? Nein, warte doch! Kommt mal zurück zu den Feuerern! Warte! Es kommt noch Kohle! Lass es los! Lass es los! Lass es los! Er muss noch Kohle mit! Lass es im Team ran! Ja! Passt doch jetzt! Ich habe ihn noch festgehalten! So, wie viel Kohle noch? Wir haben hier einen ganzen Haufen! Du kannst mit helfen, das aufs Band zu schmeißen! Ja! Sagen aber dann halt meckern! Ja! Genau so! Genau so! Sag mal, Schasi! Wo wirst du eigentlich hin? Was? Man kann... Man kann hier noch draußen rumfahren! Du musst die Map erkunden! Du musst extra spielen! Du musst halt die Figa-Laxis-Kriege-Sunde-Gamut machen! Leute, guck hier! Geht's auch noch! Woah! Noch mehr Kohle oder was? Höhe! 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 Hoppala! Hebel! Ähm... Drink, was hast du gemacht? Hier, du hast irgendwas runtergeschmissen jetzt! Bei mir leckt es irgendwie! Was soll denn... Oh, ich fahre nach hinten! Ich habe versichert das Fahrzeug... Ich häng fest, ich stecke. Was ist das hier? Ne, weil Briggs ist das zweite Aktivität, keine Ahnung. Ich steck fest. Das sind die schlechtesten Kohletransporteure der Welt. Du bist der schlechteste Kohletransporteur. Ja, aber ihr ja auch. Ihr macht ja nichts. Wir sind zumindest hochgefahren. Ihr habt mich ja eingestellt. Nein, haben wir nicht. Ihr seid aber hochgegangen. Aber gedacht, ja, ja, ja. Nee, gefallen. Ich helfe jetzt hier mit, da kann ich nicht so viel falsch machen. Sagt er und fällt dir einfach drauf, der ist Förderband. Ja. So viel kann ich auch gar nicht. Da, wo er hingehört, nämlich verbrannt. Alter, was? Komm, du musst oben mal schauen, ob irgendwas... Kannst du mal oben schauen, ob die Kohle noch durchfällt? Kann ich gleich machen, wenn die Kohle drauf ist. So, fahr hoch, die letzten beiden schaffe ich schon selber. Das hoffe ich doch. Ja, die Kohle fällt noch. Die Kohle ist verstopft. Feuer! Äh, fahrt ihr mal ein kleines Stück nach vorne? Check. Da fällt Kohle runter vom Laster. Halt! Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ah! Ich hab Kohle! Legt überall Kohle rum. Das passt jetzt so, oder? Nein, nein. Moment, Moment, Moment. So, bin da. So, ich geh wieder an den Hebeln. Nach vorne fahren einfach. Kohle! Kohle! So, bring! Hast du das gerollt, dass hier eine brennende Fackel in der Kohle liegt? Das passt schon so. Das ist alles, äh... Das ist alles der Norm. Das entspricht alles der Norm. Nach hinten. Dann habt ihr noch einen Führerschein gebracht. Jetzt kannst du nach vorne fahren. So. Ich bin jetzt gar nicht nur und so. Wir navigieren hier am besten langsam um. Weiter rüber, weiter rüber. Weiter nach rechts. Dann komm ich halt... Komm ich halt zu euch hochgedrackert. Und jetzt gerade, gerade, gerade! Gerade! Jetzt noch schneller? Ist ganz viel Kohle dabei. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen nur vier Stück Kohle, also. Falsche Richtung. Ja, da lang. Nein, nicht da lang! Ach, ich laufe! Du bist so schwer, Ede! Ich muss das olympische Feuer tragen! Das olympische Feuer ist schon im Kessel. Nein, das ist... Die Frage ist doch gerade. Doch, ist es. Was habe ich denn sonst noch gehabt? Eine Fackel, eine normale 0er-15-Fackel. Ede? Wo ist das? Ja, du musst Kohle holen gehen. Und zurück aus! Ede? Ja? Ede! 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 Ist dein Maßstoll! Ede! 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 Donny, lass halt einfach los, da kommen wir hin, da kommen wir aufs Termin hin, ich glaub ich los doch. Donny, lass halt los. Steck doch nicht alle drauf. Die Errungenschaft hat mich halt schwer geschuftet. Ja, du hast echt schwer geschuftet, ey. Ja, also, das Spiel sagt mir das so. So, jo, Leute, see ya. Wenn das Spiel das sagt, dann muss das ja wohl stimmen. Hui, was ein Schub. Ja, wir haben ja jetzt auch keinen unnötigen Ballast mehr. Also, Johnny. Ja. Verendet sich, seid ihr auch mal da. Lieferjunge hab ich freigeschaltet bekommen. Okay, stopp. Wo muss denn eigentlich jetzt die Kohle rein? Ich glaub, bis alles so auf 100% ist. Äh, ist es doch schon. Einfach da Kohle rein in die Kessel. In die Kessel einfach Kohle rein. Lass mich, ich mach schon, geht schon einfach. Lass los, Ele, ich mach schon. Gibt's da so ne Kipp-Mechanik? Perfekt. Perfekt. Kohle, 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 Kohle. Das brennt doch schon. Pack dir mal bitte Kohle rein, dann zünde ich's an. Dann zünde ich den Ofen an. Ich packe eben noch ein, weil er ist bestimmt drin. Brick ist der perfekte Brennstoff. Bin ich? Ja. Dann lass mich in den Ofen schweinen. Ja. Mehr Kohle. Kohle, komm. Was machst du, Jonny? Versuch'n Kohle reinzutauschen. Und, wie weit ist es gerade? Was steht dran? Äh, fast voll. Ja, voll. Äh. Hilfe. Ich steck' im Ofen fest. Schnell. Scheiße. War zu langsam. Ja, ist los, Leute. Jetzt los. Bisschen da unten, ne? Hoi!